Was mir dabei jetzt nochmal ganz, ganz wichtig ist für jeden Einzelnen, Salvatore unterscheidet die Individualität und die Authentizität. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt für die sogenannte spirituelle Falle auch. Denn im Vergleich selbst, im Erwachen selbst, passiert es so oft, dass man sich vergleicht mit dem, mit dem, der ist da schon viel weiter, der ist hier schon weiter, oh, der kann das, das will ich ja auch und da will ich ja auch hin und warum kann der das schon und ich nicht. Wo wir dann immer wieder in einen Minderwert fallen. Und was so von Bedeutung ist, Individualität heißt, jede einzelne Seele bekommt individuelle Energien zugefügt. Das heißt, es stehen uns individuelle Energien zur Verfügung, die dann wieder durchs Geistwesen in die Inkarnation einströmen. Das heißt, das, was für mich jetzt individuell in meinen individuellen Energien für mich authentisch ist, was meine Seele aktiviert in dem Moment, ich kann es mit niemandem vergleichen. Das ist nicht machbar. Ja, das Einzige, was ihr für euch prüfen könnt, für euch testet immer wieder, bin ich in meinem, bin ich in Anbindung zu meiner Seele, bin ich in Anbindung zu meinem Geistwesen, ist es für mich gerade authentisch. Diese Bewegung, diese Handlung, diese Erfahrung, bin ich auf meinem Weg. Sobald wir uns vergleichen im Außen, ihr fallt aus euch raus, ihr seid nicht mehr mit euch, ihr seid mit den anderen im Vergleich und dadurch seid ihr weg von euch selbst. Ja, das heißt auch, das ist auch, was Salvatore immer betont, die Zeit der Gurus ist vorbei. Es gibt keine Gurus, niemand steht über euch. Das, was von Bedeutung ist, dass ihr in Verbindung seid mit euch selbst. Ihr werdet zum Schöpfer eures eigenen Systems und darin liegt Verantwortung. Ja, darin liegt das Finden in sich selbst. Man kann im Außen natürlich, ja, das machen wir hier auch, Erfahrungen tauschen. Man kann Inspiration geben, man kann Anregungen geben, man kann Ideen weitergeben, die jeder für sich nutzen kann, wann er es für sich braucht oder wenn er es stimmig empfindet. Es sind alles Angebote. Es sind immer Angebote und jeder für sich prüft in seiner Verantwortung, ob es für einen stimmt oder nicht. Und deswegen, weil es für den anderen stimmig ist und für mich vielleicht gerade nicht, bin ich deswegen nicht schlechter oder weniger weit. Ja, wir sind alle für uns am perfekten Zeitpunkt gerade in unserer Entwicklung. Das ist für jeden ein ganz anderer Punkt und hat eine ganz andere Bedeutung als für wen anders. Und in dem Ganzen, was ich hier beschreibe, könnt ihr auch schon erkennen, das, was für jemand anderen Ego ist, ist für mich vielleicht eine authentische Erfahrung. Was für mich Ego ist, ist für jemand anders vielleicht eine authentische Erfahrung. Deswegen guckt, ihr könnt euch selbst im Ego nicht vergleichen. Selbst ich kann nicht sagen, ja, das ist ja, weil es mein Ego ist, ist das jetzt auch dein Ego. Das stimmt einfach nicht, weil es für den anderen vielleicht gerade eine Erfahrung ist, die ihnen in einem, ja, in dem Prozess dient, die eine authentische Erfahrung ist, die er gerade braucht, um etwas zu integrieren, um in diesen Wachstum zu kommen. Also selbst da können wir nicht urteilen über andere. Wir können in Anbindung mit uns bleiben, wir können uns darin üben, uns nicht zu vergleichen, uns treu zu bleiben. Und ja, das löst natürlich aus, dass wir uns auf uns selbst verlassen müssen, ja, das üben dürfen, mit uns in Verbindung zu sein, unsere innere Stimme zu finden, unsere innere Welt zu entdecken, diesen Weg weiter und weiter zu gehen. Natürlich in Begleitung mit den Menschen, die uns da stärken und wohlgesonnen sind, ja, die in Liebe mit uns sind. Natürlich, es geht ja nicht jetzt auch um eine Isolation, aber es geht darum, dass wir für uns uns treu bleiben.